Musik Dunkle, düstere Musik spielt im Hintergrund und doch sieht es recht fröhlich aus. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, meine lieben Freunde, Unfreunde, Mitfreunde, Verwandte, Bekannte, Frauen, Kinder, Alte, was weiß ich nicht alles. Ach, Tiere, Entschuldigung, Tiere gucken ja auch immer, das ist nicht immer zu. Wir spielen jetzt Torchlight 2. Kurz zur Erklärung, Sessions Creed hat ja aufgehört, jetzt Sessions Creed 4, schneller als ich dachte. Und ich hatte mir für's Let's Play schon Torchlight und Anno 270 geholt. Aber ich war mir nicht sicher was von beiden und da wir aber letztens schon Civilization gespielt haben und Anno ja sowas ähnliches ist, dachte ich mir, wir spielen mal Torchlight, was ja an Diablo-Sender rankommen soll. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt so lustig wird und wir starten mal eine neue Partie. Ich hab schon mal Level 1 gespielt gehabt vor ewig langer Zeit in der Demo. Da konnte ich aber nicht auswählen, wer ich bin. Glutsteinmagier, ausgebildet in den Arkanen-Künsten greifen Glutsteinmagier auf eine Fülle von Elementar-Zauber mit verheerender Wirkung zurück. Okay. Berserker, die Brutalen umfinden Berserker, verbessern die tödlichen Kampfkunsten mithilfe von mächtiger Tiermagie. Ingenieur, ausgestattet mit Glutsteinwaffen und Rüstung sorgen Ingenieure für Ordnung in den Grenzländern. Vagant, durch ihre Vertrautheit mit Arkanen-Künsten und uralten Pakten beherrschen Vaganten Feuerwaffen und Magie gleichermaßen geschickt. Okay, wir wollen natürlich aber männliche Charaktere sein. Da haben wir einmal den Vagant. Den Glutsteinmagier. Den Berserker. Und den Ingenieur. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich nehme mal den Vaganten, der ist natürlich cool. Vagant, nehme ich mal das, das sieht so gefährlich aus. Nehme mal das. Äh, Haare nehmen wir. Versuche mal eins zu gestalten, das so ähnlich wie ich aussieht. Das ist jetzt zwar ein bisschen schwer. Boah, auf jeden Fall, ach, 18er Form. Das sah ganz an mir aus. Ähm. Dann wäre das wohl am ehesten, wenn ich ein Kopftuch tragen würde. Äh, Gesicht. Passt das eigentlich ganz gut. Ja, dann nehme ich einfach mal den Namen des Charakters. Das ist natürlich ein Lernergäst. So. Und wir locken ein. Unser Begleiter. Lama. Lama. Ich bin für den Panther. Mie-Ziel. Das ist Schmuse-Tatze. So. Schwierigkeitsklar. Ja, gleich mit der Veteran-Elite. Wir nehmen natürlich... Okay, guck mal. Der Modus leicht eignet sich bestens für Spieler aller Altersstufen, die ohne allzu große Herausforderungen Spaß haben möchten. Fürs erstmalige Spiel eignet sich der Modus normal am besten. Er bietet eine Fülle von Herausforderungen und das vertiefste Kenntnis des Spielverlaufs notwendig sind. Veteranen. Der Modus Veteran ist für Spieler gedacht, die sich gut mit Torchheit auskennen. Wenn die Herausforderungen zu groß werden, müssen sie eventuell zusätzlich Zeit in die Verbesserung der Fähigkeiten aus Charakters investieren, um weiterzukommen. Im Modus Elite stoßen fortgeschrittene und mutige Spieler auf deutlich zehre Monster, die für den häufigen totes Charakter sorgen können. Eure Abenteuer wird wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Hardcore-Modus. Im Hardcore-Modus ist der tut, tut entgültig. Wir nehmen mal Veteran, weil es ja von den Fünften in die Mitte wäre. Ein bisschen fortgeschrittener schon, da ich gerne skille. Spielen Einzelspieler, Internet-Einzelspieler natürlich. Grüne Gegenstände besitzen schwache Verzauberungen. Blaue Gegenstände sind seltener mächtiger. Die einzigartigen goldene Gegenstände verfügen über die beste Verzauberung. Und Violett gibt's auch noch. Tief unter Torchlight wuchs die Finsternis. Drei Helden stellten sich der Bestie namens Ordrack. Doch sein schwarzes Herz überlebte Ordracks Tod. Und es schlägt weiter. Das sind vier. Das sind sogar mehr als vier. Das sind vier. Und vom WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das sind aber erstmal nur zwei Wenn Helden fallen und die Hoffnung schwindet, werden neue Helden geboren Das wären dann wohl wir Ich glaube ich brauche vielleicht eine Tastatur dafür Cool Ich brauche mehr Mana Ich habe wenig Mana Also laufen wir hier Ich habe wenig Mana Ich brauche mehr Mana Also jetzt ist die Klinge bereit Ich bin auch mehr Mana Ich habe wenig Mana Okay, alles klar Was haben wir hier? Frank, loslassen und zwei Heilen oder Mana aufholen Aggressiver, Defensiver, Passiver Begleiter Zerstörer Okay, lass uns reinfinden Mana, Leben Namen, Anzeige für Gegenstände Gegenstand oder Fähigkeit zuweisen, Basisangriff Okay Eins und zwei sind die Tränke Null ist Wegkund Portalrolle Jetzt haben wir hier, Inventar Okay, was brauchen wir denn? Nichts Fähigkeiten Schnell... Chaos Ausbruch Sagenfähigkeiten Kriegsgrundfähigkeiten Siegelfähigkeiten Okay, okay, okay Willkommen im Torfleisch Geschichte bisher Das lese ich jetzt nicht alles vor Näh Das geht zu gestern Vielleicht sind die Quest ein bisschen kleiner oder leichter zuvorderen Okay, wir müssen auch vermitteln So Für mich ist hier Ende Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchleid zerstört hat und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen wenn er nicht schon dort ist Der Alchemist, okay Okay Ihr habt eine Quest bekommen Wormt sie, Esterian Wohl neu hier, was? Wer seid ihr? Und was wünscht ihr? Ich kann meine Leute nicht reden Ich bin ganz schön schnell Oh Ich habe wenig Mana Ich habe nicht genug Mana Nein Okay, kann jemand bisschen reinzoomen? Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Ach so man, da kann man sowas aufsammeln, okay Interesant, interesant Ich habe wenig Mana Ich bin so gefreut von solchen Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Wir können schon was einsammeln, da die Gold Ach manchmal lassen sie Gold fallen Achso Achso sie aufsammeln Achso Achso Ähm Ist hier noch irgendwie was? Ist hier noch irgendwie was? Jo, okay Hier ist jetzt auch nichts mehr Ich gehe mal dahinter, ob ich jetzt hinten irgendwas übersehen habe Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Ich brauche mehr Mana Ich hole meine Katze vielleicht noch aggressiv stellen Ich bin nur Mana Ich brauche degrees Mana Ich brauche mich Mana Ihr habt wenig Mana Ist da ein Halteregendgeschubt? Ich habe wenig Mana Ich würde auch nichts mehr Okay. Das ist echt die Menge. Oh, stopp. Oh, ne Armbrust. Und ne leichte Rüstung, sehr gut. Jetzt kann ich hier nichts anklicken. Gut. Na gut. Äh, dann guck mal. Fähigkeiten. Ich könnte jetzt Klingenpakt. Ihr sprecht einen uralten Fluch, der eure Gegner verlangsamt und ihre Verteidigung schwächt. Der Klingenpakt hält sieben Sekunden an und jeder Feind, der den Bereich des Pakts durchquert, leidet für die angegebene Dauer unter seiner Wirkung. Meiner kosten zehn, Angriff um fünfzehn. Langsamer für drei Sekunden. Langsamer für drei Sekunden acht. Neun Sekunden. Was ist das? Euer meisterlicher Umgang mit den Elementen ermöglicht es euch, ihnen mehr Schaden anzurichten. Die Gifte hätte eine doppelt so hohe Bonus für andere Elemente. Na gut, das brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht. Ihr könnt jetzt auch, ihr schaut eine Wurfkläffe, die euer Ziel durchschlägt, dann einmal abprallt und weitere Gegner trifft. Gifte erzeugte zusätzlich Aufladung. Aktueller Rang, 14 bis 17 Giftschaden. Nächster Rang, 14 bis 18. Achtzig prozentig, warte mal, das macht Giftschaden. Ähm, wenn ich jetzt... Ähm, Gifte hält einen doppelt so hohen Bonus wie die anderen Elemente. Achso, das ist, weil wir das schon haben. Okay, alles klar. Das nächste wäre jetzt, äh... Eis. Da brauchen wir momentan aber nicht. Warte, hier war noch was, oder? Genau. Ausweichsmeisterschaft. Der akubatische Geschick damit sich durchschlägen immer besser auszuweichen. Vier Prozent bessere Ausweichchance ist auch nicht schlecht. Ähm, Schnellfeuer. Ich schieße an der Stelle, damit die Gegner zurückwirft und ihren Rüstung wird gebraucht. Die anfangliche Reichweite wird 10 Meter hoch. Jede zweiten Schuss werden verwirrt. Die Gegner werden verirrt. Geschosse hinzugefügt. Reichweite aber auch 12 Meter. Sie werden in Brand gesetzt. Das ist natürlich geil. Ich glaube, das mache ich mal. Juhu! Ähm... Ich habe nur einen Pupup pro Lettige. Okay, kann ich das jetzt irgendwie hier runterziehen? Okay, das ist das. Und... Okay, alles klar. Ist das das mal, ne? Ja. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir haben ja noch was bekommen hier. Einfache Armbrust. Und... Totschläger. Und... Totschläger. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Okay. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. da liegt Gold da war man auch schon, okay Interessant, interessant oh, die kann ich kaputt machen, ach so what the fuck wo ist das denn gewesen was war das denn wir sind natürlich in der toten Stadt okay, der Stiefel kann ich vielleicht irgendwie den Bildschirm drehen Bildschirm kann man nicht drehen aber wenn er weiß, dass ich ihn ziehe okay, aber der Kanzer lasse ich erstmal ganz kurz, guck mal hinten, aber sie liegt da komm ich nicht runter ich habe wenig Mana vier Heilbränke ich brauche mehr Mana ich brauche mehr Mana ich habe nicht genug Mana okay ich bin wow wenn ich die Gericht Okay, dann schieße ich sie so ab. Okay. Oh, sehr schön. Also das muss man natürlich wissen. Okay, gut. Gute Bezingerwaffe. Genau. Stirb, weil er stirbt. Der hilft mir. Achso, das ist einer. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr.